Alter, Massenkostelten. Balla. Es war so klar, dass ich da nicht voll durchkomme. Oh, man kann die Gegner vielleicht verarschen jetzt plötzlich. Und zurück. Lalalalalala. Ah, das fickt. Wow. Ne, ich will eigentlich den Kopf erreichen, aber... Ah, danke. Fahr rein, fahr rein, fahr rein. Danke. Takedown. Das war gar nicht geplant, aber Takedown. Das ist bei der Saisi eigentlich ein Wunder, dass die Fahrer trotz mehrfachen Überschlag immer noch weiterfahren. So. Kurzum fahr ich. Doch, fahr ich. Es gibt extra Kopfgeld. Das lohnt sich. Ich fahr gar nicht von der Straße runter auf zu lügen. Das darfst du nicht. Tschüss. Ah, es wird natürlich keiner hier rein. Ich leck mich doch. Aber warte, dass hier einer reinfährt. Mann. Hoppala. Fahr mir hinten rein. Ich bin ja ein Rambock. Komm schon, gib mal ein bisschen Gas Karre. Lage mein Einsatzbereich. Oh, Takedown. Der war direkt neben mir und ich hab ihn direkt unter die Reifen geworfen. Das war doch Skill. Piss dich doch, du Arsch. BAM. Und zerstört auch nochmal. Ein Double. Zieh er mich zurück? Ja, mit dem kaputten Auto kann man das ja gut, ne? Nein, rum. Oh, Alter. Nein, du fährst mir nicht weg. Bam. Aber vorher hat er noch einen Nagelbarn abgeworfen, die Sau. 4.000 Kopfgeld ist ordentlich. Hallo und tschüss, Kollegas. Geh mal ein bisschen Goss hier jetzt, jetzt machen wir mal richtig Power. Oh, wir haben Trophäe. Ja, gibt's ja jetzt auf Case 3 haben wir jetzt. Die kriegen wir hier auf Trophäen. Die wir uns aber nicht anschauen werden, explizit. Also, ich glaub, das ist jetzt nicht so wichtig. Da ist der Eingang erst. Wuppala. Also, sowas wie Nitro eben jetzt bestimmte Zeit Nitro anhaben. Oder ein perfektes Nitro heißt also. Kein Unfall währenddessen brauchen. Und sowas. Ne, 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 wir sind 2,8 Kilometer vor Ziel. Denkt euch, lass ich fahren. Räumen. Weiter. Ja, so wie der Copling, der jetzt gerade am Arsch vorbeigeht, dass ich hier langfahre. Wuppala. Verpiss dich doch jetzt. Alter. Bist du denn nervig? Ja, es gibt ja keine anderen Gegner gerade auf der Strecke. Nein, jetzt hör auf. Mann. Alter, du bist so doch ein Arsch. Du bist doch so ein... Ähm, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Rennen dann gepackt habe. Leck mich doch, scheiß Spiel momentan. Ja. Ja, da bin ich wieder und wir haben gewonnen. Endlich, verdammt, ey. Da haben ja noch der letzte Gegner vor mir war, durch den Polizisten durch den Nagelband ausgeschaltet. Wo er direkt vor Ziel hat mich sehr nett. Demmal gesagt, und wir haben einen neuen Wagen bekommen. Was kriegen wir denn schickes? Einen Audi A8 Spyder. Ich glaube, den hatten wir schon im Let's Play. Ja, den hatten wir schon freigeschaltet, glaube. Ja, doch. Ja, glaube, weiß nicht. Habe, da, ja, buh. Der ultimative Genuss des Offenfahrens. Ja. Und man kann es auch nennen, einfach Schleichwerbung für Autos. So kann man es auch nennen, wenn man möchte. So, wir haben jetzt drei neue. Da können wir ein Rennen, da können wir Zeit fahren. Und was konnten wir da oben? Da konnten wir Duell und Vorschau. Wir fahren mal ein Vorschau-Rennen. Ja, das machen wir jetzt. Zeit fahren, das ist angenehmer, als gegen Scheiß-Cops zu kämpfen. Da habe ich auch gerade keine Lust zu haben. Das haben wir auch schon gefahren, das Rennen eigentlich, glaube, oder? Egal, wir fahren es trotzdem nochmal, weil der 111 GT3 RS einfach ein geiles Auto ist. Bei gutem Wetter. Warum muss ich jetzt Regen haben? Boah. Ich habe momentan... Ich bin echt kurz davor, das Spiel manchmal aus dem Fenster... Ups, man denkt gerade, egal. Kurz aus dem Fenster zu werfen. Weil, ähm... Ja, es provoziert ab und zu. Durch unfaire Aktionen von Cops und so, die einen kurz auf das Ziel vom ersten auf den vierten jagen. So was halt. Nicht immer schön. Aber davon darf ich jetzt nicht aufgebraucht sein. Wir fahren jetzt einfach ganz entspannt mit einem Porsche. Bei Regen mit über 300 Sachen über die Landstraße. Machen uns überhaupt keinen Stress. Und ja. Los geht's. Musik ist auch wieder ganz nice. Wir fahren abkürzeln aus einem Grund nicht. Da ist ein Sportwagen. In den Sportwagen, die mich gut tun, auf Erde. So, dann wollen wir jetzt mal ein bisschen mehr mit dem Skill fahren. Dass wir hier in den Hauptbus-Juts nicht um... Ach, leck mich doch. Ich starte direkt mal neu. Will mich das Spiel heute eigentlich auf die Palme bringen? Mein Gott, das ist echt kurz davor. Boah. Nächstes Mal bin ich konzentriert. Ja, glaubt mir. Kann vielleicht daran liegen, dass ich gerade noch LPT letztlich größer aufgenommen habe. Und deswegen, dass ich da noch ein bisschen, äh, unkonzentriert bin. Warum, ich weiß es nicht. Es kann daran liegen, dass wir uns im LPT nie konzentrieren. Oder irgendeinen Scheiß nachmachen. So. Jetzt konzentriert mit fröhlicher Laune. Und ich weiß, dass es gerade ziemlich aufgesetzt klingt, aber jetzt ist es auch... So, jetzt machen wir mal ganz easy hier alles. Jetzt machen wir uns keine Chefs und wir machen das nicht haben. Nee, ich will Bad Religion da. Das will ich. Schön. Perfektes Musik, um wieder aufzudrehen. Und rufen. So. Jetzt machen wir wieder ein bisschen Party. Jetzt machen wir wieder ein bisschen, äh, entspanntes Fahren. Kräften. So. Jetzt machen wir mal richtig, jetzt haben wir uns hier richtig drauf. Ach, scheiße. Habe ich gedacht, wir haben es drauf. Ich glaube nicht, ne? So, wir haben sechs, kurz zwei Kilometer vorn und haben die Hälfte der Zeit rum. Gut zu wissen. Also, weißt, reinklotzen. Ähm, habt ihr jetzt gerade auch gesehen, dass wir irgendwie so bang, wie so ein Gummiball in die Luft gesprungen sind? So, boom. Fiel mir gerade auch irgendwie auf, äh, ich weiß gar nicht, habe ich damit aufgenommen, ich glaube nicht. Ist ein Polizeibang, die Straße wäre reingefahren, aber sonst bin ich hochgeflogen dabei. Und ich glaube, dass wir gerade ein ähnlicher Bug, lustig. Na, egal. Konzentrieren wir uns wieder, und daher konzentrieren wir uns wieder auf Bugs. Bugs. Auch Käfer genannt. Bugs. Bugs.